Musik Mein Name ist Tobias Saborowski, ich bin 19 Jahre alt und mache bei Astrololmital Duisburg meine Ausbildung zum Verfahrensmechaniker. Mein Onkel und mein Vater, die haben beide in der Stahlbranche gelernt und ich fand das einfach faszinierend. Ich sehe, was aus Stahl passiert. Die Ausbildung beinhaltet Produktion und Stahlerzeugnis, die Wartung und Kontrolle von Maschinen, Ausführung von Produktionsprotokollen. Wir beachten halt darauf, dass die Qualitätsstandards eingehalten werden, sodass wir den Kunden ein anständiges Produkt liefern können. Voraussetzungen sind auf jeden Fall gute Noten in Mathematik und Physik und ein gutes technisches Verständnis. Am Anfang wird man von den Ausbildern und vom Meistern an die Hand genommen. Die führen einen rum, die zeigen einen alles, was man beachten muss, wie es funktioniert. Ich bin mit meiner Ausbildung sehr zufrieden, die Kollegen sind alle super freundlich und ich werde hier wahrscheinlich noch 20 Jahre, 25 Jahre ohne Probleme arbeiten. Infos zu diesem und weiteren Ausbildungsberufen findet ihr unter www.arselolmital.com. Duisburg Duisburg Duisburg